Okay, das Thema ist ein bisschen aus der Reihe, aber niemand guckt meine Videos, also muss ich irgendwie die Klicks jagen. Und wenn die Klicks auf einer Kontroverse in einem Subreddit bestehen, das niemand außer mir sich anschaut, dann ist das eben so. Okay, für die von euch, die nicht wissen, was hier gerade los ist. Es gibt die Kontroverse ChittyGates2021 und da geht es darum, dass ein D&D-Subreddit sich darum streitet, sollten Reptilien-Spezies Brüste haben oder nicht. Einfach vorweg meine Meinung dazu, nein, in meinem Setting haben Reptilien-Spezies keine Brüste. Es gibt viele andere Sachen, die ich dazu noch sagen könnte, aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Die Debatte ist lustigerweise im selben Quartal dieses Jahres wie die Kontroverse um Lola Bunny, wo in Space Gems 2 WeWork für den Charakter aus irgendwelchen Gründen die Brüste leicht reduziert wurden. Und aus noch unentfindlicheren Gründen gibt es deswegen eine große Kontroverse unter Fans, weil Gründe. Ihr wisst nichts über den Charakter, ihr habt den Charakter nicht in Action gesehen, kennt nicht eine Voiceline von ihr, aber seid hundertprozentig sicher, dass der Charakter ruiniert ist, weil die Brüste minimal kleiner sind. Ich weiß nicht, was das über euch aussagt, aber es ist nicht besonders gut. Aber zurück zu den Schlangenbrüsten. Es gibt hier zwei Camps. Das eine Camp sagt, es ist künstlerische Freiheit, ich kann die Brüste so groß machen, wie ich will, shut the fuck up. Und das andere Camp sagt, das ist unnötig, weil entweder A, die Reptilien haben keine Brüste, darum brauchen Echsenmenschen keine Brüste. Oder B, das ist unnötige Sexualisierung von Frauen, weil Frauen aus irgendeinem Grund in Fantasy immer auf laufende Titten reduziert werden. Und das mag ein bisschen Social Justice Warrior mäßig klingen am Anfang, aber Fantasy wurde in der Zeit, wo die ganzen Troops sich entwickelt haben, primär von Männern für Männer geschrieben. Und wenn wir mal Red Sonja und Conan vergleichen, ja, beide sind attraktiv, beide haben wenig an und beide sehen heroisch aus. Aber es gibt von Red Sonja deutlich mehr Bilder, die den Arsch und die Titten in den Fokus packen und sowas sehe ich bei Conan einfach eben nicht. Das heißt, ja, streng genommen sind Snack-Titties unnötige Sexualisierung, aber es ist nicht außerhalb der Standards des Fantasy-Genres. Wobei Schlangenmenschen nicht unbedingt Brüste haben müssen, um sexualisiert zu werden. Was an und für sich ein Problem sein könnte, aber darüber brauchen wir jetzt nicht groß diskutieren. Ich persönlich würde sagen, solange man damit nicht in Richtung Stacked Library geht, was die Proportionen angeht, dürfte das für keinen ein großes Problem sein. Aber es ist einfach eine Frage des Charakterdesigns. Möchte ich mehr eine menschliche Ästhetik in meinen Kreaturen haben, also kopiere ich einfach stumpf Menschen und gebe denen ein Reskin in irgendeiner Form, dann ja, Snack-Titties sind drinne. Oder halte ich mich strenger an biologische Vorlagen und möchte einfach, dass meine Echsenmenschen mehr wie Echsen aussehen. In dem Fall heißt das, nein, ich habe keine Snack-Titties. Was mich persönlich mehr wundert, ist, dass es auf der ganzen Seite von Männern keine Diskussion gibt. Menschen haben es aus irgendeinem Grund geschafft, sich so zu entwickeln, dass Frauen und Männer beide präsentieren und beide auswählen. Während es bei der Paarung in der Tierwelt häufig so ist, dass die Männchen alleine präsentieren und die Weibchen alleine auswählen. Und ich habe nicht wirklich irgendwo Debatten darüber gesehen, dass Männer nicht sexualisiert genug sind. Nee, wirklich. Bei Schlangenmenschen müssten eigentlich die Männer sich aufplustern, bunte Farben haben, präsentieren, wie toll sie im Bett sind und so weiter und so fort. Und niemand macht sowas. Es gibt keine Diskussion.